Hi Leute, ich bin der Mensch mit der Maske. Ich bin eine Figur aus Roland Rehbers Todesrevue. Der Mensch mit der Maske ist ein Symbol für all die Masken, die wir aufsetzen, um gut durchs Leben zu kommen, um gut bei anderen anzukommen, auch auf die Gefahr hin, uns dabei selbst total zu verlieren. Und der Mensch mit der Maske ist eine Wertschätzung aller Künstler, die sich in Fußgängerzonen, auf kleinen Hinterhofbühnen, in den digitalen Medien, sich die Seele aus dem Leib spielen und kaum jemand weiß, dass es sie gibt, weil sie eben nicht einem aktuellen Trend oder Marktwert entsprechen, weil sie niemanden haben, der sie subventioniert oder durch die Medien pusht. Und es liegt ja an uns Nutzern, wie wir damit umgehen. Also erhalten wir doch die Vielfalt und fördern wir durch unsere Klicks und Likes nicht die Zerstörer, sondern die Gestalter.